Willkommen zu unserer heutigen ABB Innovation Show. Mein Name ist Daniel Kubin. Heute darf ich zusammen mit meinem Kollegen Dominik Böhm, der gemeinsam mit mir im Produktmarketing arbeitet, einige unserer neuesten Innovationen präsentieren. Hallo zusammen, herzlich willkommen und danke an dich, Daniel. Ich freue mich sehr, Ihnen heute unsere Innovation vorstellen zu dürfen. Die Digitalisierung verändert unsere Welt merklich, auch in der Energieverteilung. Geräte werden zunehmend miteinander vernetzt und eröffnen so neue Möglichkeiten wie kontinuierliches Energiemonitoring, Fernwartung oder Ausfallprognosen. Wie ABB damit umgeht, unsere Lösungen, Produkte und Tools für die Unterverteilung werden sicherer, intelligenter und effizienter und verbessern so die Energieeffizienz, und Wartung von Gebäuden. Unsere Lösung schützen, überwachen und messen Ströme, Spannungen und Signale ihrer Elektroinstallation. Vollständig, vernetzt und intelligent. Was dann wiederum zur Verbesserung der Energieeffizienz und zu vereinfachten Wartungsmöglichkeiten der Gebäude führt. Aber wie genau funktioniert das? Lass uns doch mal einen genaueren Blick darauf werfen. Facility Manager kennen sich sehr gut mit dem Thema Energieeffizienz aus. Denn so können sie dadurch die gewünschten Nachhaltigkeitsziele und Einsparungen erreichen. Das Energiemanagement ist der Schlüssel dazu. Dafür muss man wissen, wie viel elektrische Energie wann und wo verbraucht wird. Ich gehe stark davon aus, dass hier unsere skalierbaren Lösungen ins Spiel kommen. Exakt Dominik. Alle Geräte eines Gebäudes können einfach in einem Netzwerk miteinander verknüpft werden und ermöglichen so die Sammlung verschiedenster Daten. Dadurch kann der Facility Manager mit Hilfe der passenden Software den Energieverbrauch und die Wartung des Gebäudes managen. Angepasst an die besonderen Anforderungen. Wie sieht so eine Verbrauchsanalyse aus? Es ist sehr einfach. Alle Daten werden gesammelt und auf einer webbasierenden Benutzeroberfläche visualisiert. Sieht auf den ersten Blick sehr intuitiv aus. Heißt das, dass man so genau sehen kann, wo und wann Energie verbraucht wird? So kann man eigentlich auch zu hohe Verbräuche ohne weiteres feststellen, oder? Stimmt. Über den Webserver kann der Energieverbrauch des Gebäudes optimiert werden. Zum Beispiel durch den Ausgleich von Lastspitzen. Auf diese Weise können auch Ausfahrzeiten frühzeitig und schnell erkannt und verhindert werden. Genau. Außerdem gibt es noch benutzerdefinierte Alarmsignale, Diagnosefunktion und Echtzeitbenachrichtigung. Die Systemleistung ist damit absolut transparent. Dadurch können bis zu 20 Prozent des Energieverbrauchs eine Reduktion der CO2-Emissionen um 15 Prozent. Interessant ist auch, dass Facility Manager den Wert ihrer Anlage um bis zu fünf Prozent steigern und gleichzeitig die Wartungs- und Betriebskosten senken können. Gibt es denn Einschränkungen für bestimmte Gebäudegrößen? Nein. Unsere Lösungen sind skalierbar, egal ob öffentliche Gebäude, Einkaufszentren oder Industrie. Bestehende Systeme können außerdem einfach erweitert werden, da die Installation und Konfiguration wirklich schnell und einfach geht. Wir minimieren dadurch auch die Ausfallzeiten der Anlage. Lass uns doch mal das passende 3D-Modell dazu anschauen. Kleinere kommerzielle Gebäude wie Geschäfte, Hotels, Büros und Restaurants können ohne großen Aufwand und einer Plug-and-Play-Installation aufgerüstet werden. Es war wahrscheinlich noch nie so einfach, die komplette Energieverteilung und den Energieverbrauch inklusive Wasser und Gas transparent zu machen. Stimmt. Lass uns doch als Beispiel mal einen Blick auf größere kommerzielle Gebäude werfen. Wie Bürogebäude, gewerblich genutzte Gebäude, Flughäfen, Einkaufszentren, Krankenhäuser oder große Hotels. Sie können mit den gesammelten Daten aus der Unterverteilung in den lokalen Web-Server oder in die Cloud-Plattform einfach integriert werden. Also auch hier zusammenfassend, der Vorteil liegt in der Kontinuität im Bereich Service, der vorausschauenden Wartung und Prognosen zum Verbrauch. Hier ist es besonders wichtig, ungeplante Ausfälle und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren bzw. zu verhindern. Was ist, wenn es denn bereits bestehende Gebäudeleittechnik gibt? Diese können ohne viel Aufwand integriert werden. Nun haben wir viel über die Funktionalitäten und Anwendungsbereiche gesprochen. Als nächstes wollen wir uns die Lösung mal im Detail anschauen. Das Herzstück des Ganzen ist das System Pro-M Compact Insight. Es besteht aus einer Steuereinheit, in der alle Daten verarbeitet werden, sowie aus IOModulen und Sensoren, die entlang des Netzwerks installiert sind. Über diese werden die Daten gesammelt und an die Steuereinheit übertragen. Durch den integrierten lokalen Insight-Web-Server oder die ABB Ability Cloud erhalten Sie einfachen Zugriff auf Ihre Echtzeitdaten zur Überwachung und Analyse. Alle Daten können sogar einzeln oder summiert für mehrere Standorte eingesehen werden. Ein großer Vorteil ist auch, dass Sie Ihre Unterverteilung via Smartphone steuern können. Egal wie weit weg Sie von der Anlage sind, schauen wir uns die Geräte, die die Daten sammeln, etwas genauer an. Die Steuereinheit und die digitalen IOModule sammeln alle Daten und übertragen sie an den Insight-Web-Server. Sämtliche übermittelten Daten werden von den Eingangsmodulen eingesammelt. Die Ausgangsmodule ermöglichen es, dann die Geräte manuell oder mittels zuvor hinterlegten Logiken zu managen. Auch wichtig zu wissen, das umfassende DIN-Rail-Portfolio von ABB garantiert den vollständigen Schutz und die Sicherheit der Unterverteilung. Alle Produkte des DIN-Rail-Portfolios können in jeden Wand- und Standverteiler aus dem ABB-Gehäusesortiment eingebaut werden. Je nach Bedarf kann der Kunde aus einer breiten Palette von Unterverteilern aus Metall oder Kunststoff wählen, einschließlich der passenden Innenausstattung. Alle Unterverteiler sind einfach zu planen, schnell zu installieren und sicher in der Anwendung. Wir haben einen weiteren Service für Sie, den ABB Connect Partner Hub. Hier sind Sie direkt mit einem Online-Experten-Netzwerk verbunden und können Ihr Know-how im Bereich Elektroinstallation vertiefen. Sie finden dort alle Produktinformationen und können digitale Dienstleistungen nutzen, wie Online-Schulung, Projekt- und Asset-Management. Das Teilen und gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten mit mehreren Personen in Echtzeit macht die Arbeit erheblich effektiver und effizienter. Das Ergebnis sind maßgeschneiderte Anwendungen mit innovativen Funktionen, die ihren Kunden einen echten Mehrwert bieten. Das waren jetzt noch einige Informationen. Kompakt zusammengefasst, unsere Lösungen unterstützen Sie in allen Projektphasen und ermöglichen so eine erhöhte Energieeffizienz und Einsparung bis zu 20 Prozent. Unsere skalierbaren Lösungen ermöglichen durch die Transparenz des Verbrauchs eine vorausschauende Systemwartung sowie einen kontinuierlichen Betrieb. Und außerdem sind alle Lösungen einfach zu installieren und können auch als Retrofit eingesetzt werden. Wie Sie sehen, sind wir von diesem System absolut überzeugt. Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite. Wir laden Sie nun herzlich dazu ein, unseren Experten im Breakout-Room Ihre Fragen zu stellen. Jetzt bleibt uns nur noch eins zu sagen, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie dabei waren und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.